Wie kann man Chakran reinigen? Chakras sind die Energiezentren im Körper. Chakran sind aber nicht wirklich im physischen Körper, sie sind im Feinstoffkörper, haben aber Auswirkungen auf den physischen Körper. Sind die Chakran verunreinigt, sind die Chakran blockiert, dann kann das zu Verspannungen in den Muskeln führen. Es kann dazu führen, dass Organe nicht gut funktionieren. Verunreinigte Chakran können auch dazu führen, dass die Selbstreinigungsmechanismen des physischen Körpers nicht richtig funktionieren. Prana, die Lebensenergie, ist eben auch das, was den physischen Körper regeneriert, den physischen Körper heilt bzw. verhindert, dass der physische Körper krank wird. In diesem Sinne ist es wichtig, die Chakran zu reinigen. Aber nicht nur für den physischen Körper, auch für die Psyche. Sind die Chakran verunreinigt, dann kann das zu Depressivität führen, es kann zu Müdigkeit führen, es kann zu innerer Unruhe führen, es kann zur Aktivierung von negativen Emotionen führen. Es ist also wichtig, die Chakran zu reinigen. Wie kann man die Chakran reinigen? Zunächst einmal gibt es einen Lebensstil, der die Chakran verunreinigt und es gibt einen Lebensstil, um die Chakran zu reinigen. Und die wichtigsten Lebensstilfaktoren, um die Chakran zu reinigen, sind reine Ernährung und das, was du in dich hineingibst. Chakran kannst du reinigen, indem du auf Fleisch verzichtest, Fisch verzichtest, alkoholische Getränke verzichtest, Zigarette und Drogen verzichtest. Fleisch, Fisch, alkoholische Getränke, Zigaretten wie auch Drogen verunreinigen den Astralkörper und damit auch die Chakran. Chakran reinigen sich bis zu einem gewissen Grad selbst, wenn du aufhörst, sie zu verunreinigen. Daher, wenn du gesund sein willst, dich gut fühlen willst, Energie haben willst, Ausstrahlung haben willst, spirituelle Entwicklung haben willst, dann verzichte auf Fleisch, Fisch, Alkohol, Zigaretten und bewusstseinsverändernde Drogen. Chakran reinigen mit Yoga-Übungen. Besonders machtvoll sind Hatha-Yoga-Übungen. Gerade im Yoga-Vidya-Stil und auch bei Shivananda-Yoga sind die Asanas so ausgerichtet, dass sie auch die Chakran reinigen. Halte die Stellungen etwas länger als angenehm und das hilft in besonderem Maße, die Chakran zu reinigen. Konzentriere dich dabei in den Asanas auf bestimmte Chakran und du wirst merken, dass dabei auch die Chakran gereinigt werden. Nutze Pranayama, zum Beispiel gilt die Wechselatmung, eine der wichtigen Pranayamas, als besonders reinigend für Nadis, Energiekanäle und Chakras. Deshalb wird hier auch die Wechselatmung genannt als Nadi-Shodhana, die Reinigungsübung Shodhana für die Energiekanäle Nadis. Und wenn die Energiekanäle gereinigt sind, dann werden auch die Chakran gereinigt und geöffnet. Auch die Tiefenentspannung hilft, die Nadis zu reinigen, gerade am Ende einer Yogastunde. Wenn das Prana fließt, wenn die Nadis geöffnet sind, werden am Ende der Yogastunde in der Tiefenentspannung die Chakran auch gereinigt, ohne dass du besonders etwas tun musst. Chakran reinigen durch Mantras und Meditation. Es gibt auch subtilere Übungen, eben zum Beispiel Mantras, sowohl Mantras singen, als auch die Rezitation von Chakra-Mantras, welche die Chakran reinigen können. Und es gibt Chakra-Meditationstechniken, die auch die Chakran reinigen können. Chakra reinigen lassen durch einen Heiler. Nicht alles musst du selbst machen. Und du könntest auch zu einem Heiler gehen, der dir helfen kann, die Chakran zu reinigen. Bei Yoga Vidya haben wir auch Heiler-Ausbildungen, wir haben Prana-Heilung-Ausbildungen. Und so kannst du auch lernen, wie du die Chakran von anderen reinigen kannst und wie du auch mit solchen eher passiven Übungen selbst deine Chakran reinigen kannst. Und bei Yoga Vidya haben wir auch eine Yoga-Therapie-Abteilung. Und da gibt es auch solche, die eine Chakra-Lehrer-Ausbildung gemacht haben, Chakra-Heiler-Ausbildung gemacht haben. Und die können dir auch helfen, die Chakran zu reinigen. Wenn du also dich gut fühlen willst, wenn du gesund sein willst, dann lernest, deine Chakran zu reinigen mittels verschiedenen Yoga-Übungen mit Mantren und Meditation. All das kannst du lernen bei Yoga Vidya in Seminaren. Gehe auf yoga-vidya.de-seminar, gib deinem Suchfeld ein Chakra und so findest du Chakra-Seminare, wo du auch lernen kannst, deine Chakran zu reinigen, zu öffnen, zu harmonisieren, für Gesundheit, mehr Ausstrahlung, psychisches Wohlbefinden, mehr Erfolg und spirituelle Entwicklung.